Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Schon seit meiner Kindheit bin ich fasziniert von Sprachen. Ich habe meine eigene erfunden. Du hast eine vollständige Sprache erfunden? Ja, ich schrieb Geschichten, Legenden. Erzähl mir eine Geschichte, in welcher Sprache du möchtest. Tolkien! Sie handelt von Reisen. Von solchen, die wir unternehmen, um uns zu beweisen. Sie handelt von Abenteuern. Brinden wir einen Club, eine Bruderschaft. Wir verändern die Welt durch die Macht der Kunst, der Musik, der Poesie. Was ist mit Tolkien? Ich möchte etwas schreiben. Von einer Magie mächtiger als jede, die ein Mensch zuvor verspürt hat. Davon, wie es ist zu lieben und geliebt zu werden. Krieg! England ist im Krieg! Die Art und Weise, wie sie den Rhythmen der Sprache folgen. Ich muss sagen, Mr. Tolkien, so etwas habe ich noch nie erlebt. Das ist mehr als nur eine Freundschaft. Es ist ein Bündnis. Ein unzerstörbares Bündnis. Eine Gemeinschaft. Tolkien. Demnächst. Nur im Kino. Hr. 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 Vielen Dank.